Tja, da ist er sprachlos. Hey, wer ist die Frau? Das ist aber ein schöner kleiner Hund. Ja, ist der nett? Oh, lass dich mal streicheln. Ich hatte auch mal so einen Hund, der so gedonnert hat. Oh, ist das putzig. Ist das das Schwert von Gryffindor? Ja. Wer ist jetzt das? Ja.